Geht schon. Ich danke euch auf Düsseldorf. Ich danke euch auf Eintracht, Duisburg, Rümener, Tickau. Düsseldorf, Willi Schnipter und Rümener. Und zweite. Ich danke Düsseldorf für die Schnipter. Liegt in Führung. Jetzt Sabrina Bolle für Köln unterwegs. Lena Holzhausen. Und dann kommt Anna Oskar und alles einig mit Köln. Und dann kommt Anna Oskar und alles einig mit Köln. Düsseldorf, Willi Schnipter und Rümener. 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 Das ist schon so. Düsseldorf, Willi Schnipter. Und. Und? Vielen Dank.